Ich lerne Deutsch. Nummer 2242 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hier sind Sie richtig. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Was möchten Sie wissen? Hier sind Sie richtig. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Hier sind Sie richtig. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Was möchten Sie wissen? Ist meine Haut glatt genug? Was hast du von Oma bekommen? Gefällt es dir? Zeigst du es mir? Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich glaube, es sind drei Jahre. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich glaube, es sind drei Jahre. Verträge werden bei uns nach wie vor per Handschlag geschlossen. Wir spielen heute um diesen Pokal. Wir suchen uns einen schönen Platz und breiten die Decke im Gras aus. Wir suchen uns einen schönen Platz und breiten die Decke im Gras aus. Möchtest du warmen Tee aus der Thermoskanne? Möchtest du warmen Tee aus der Thermoskanne? Nehmen Sie jeden Morgen nach dem Frühstück eine Kapsel ein. Nehmen Sie jeden Morgen nach dem Frühstück eine Kapsel ein. Kannst du mir helfen? Ich schaffe das nicht alleine. Kannst du mir helfen? Ich schaffe das nicht alleine. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Diese Pflanze ist ziemlich trocken. Sie braucht mehr Wasser. Diese Pflanze ist ziemlich trocken. Sie braucht mehr Wasser. Ich habe jetzt keine Zeit. Das Finanzamt hat mich schon an die Steuererklärung erinnert. Mein Mann kümmert sich nicht mehr um mich. Er schaut immer nur auf sein Smartphone. Mein Mann kümmert sich nicht mehr um mich. Er schaut immer nur auf sein Smartphone. Gib mir deine Pfote und ich gebe dir den Ball. Gib mir deine Pfote und ich gebe dir den Ball. Ich habe den Fehler auf der Platine gefunden und löte die Verbindung. Ich habe den Fehler auf der Platine gefunden und löte die Verbindung. Der Schwangerschaftstest ist positiv. Das beunruhigt mich sehr. Der Schwangerschaftstest ist positiv. Das beunruhigt mich sehr. Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Die Probleme wachsen mir über den Kopf. Ich bereite mich auf den Muttertag vor. Ich bereite mich auf den Muttertag vor. Ich arbeite sowohl als Model als auch als Fotografin. Das ist in der Branche nicht üblich. Ich arbeite sowohl als Model als auch als Fotografin. Das ist in der Branche nicht üblich. Die meisten Reparaturen an meinem Motorrad kann ich selbst durchführen. Nur bei der Elektronik brauche ich Hilfe. Ein Mann in kurzen Hosen geht an einem Sandstrand spazieren. Er hinterlässt Spuren im Sand. Es soll genauso gemacht werden, wie wir es gestern besprochen haben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann schaue ich mich. Und dann schaue ich mich. Vielen Dank.